Hallo zusammen, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Rheinland-Pitch im Mai 2014. Wir freuen uns, Sie hier alle heute Abend begrüßen zu dürfen. Ich bin gespannt, was wir uns heute Abend erwartet. Wieder werden wir immer den Pitch leiten. Und wir werden sieben Minuten Pitches sehen. Das heißt, jeder Startup heute Abend wird sieben Minuten präsentieren. Bis zum nächsten Mal. Ich habe keine Ahnung, wer heute gewonnen hat. Ich durfte nicht unterschreiben. Applaus. Applaus. Ja klar, ich höre schon mal hier einer mit der Urkunde. Es gibt für den ersten Platz, wenn dann der Finanzier über 2 Millionen gefunden ist, und den Spezialpreis von Microsoft, Teil des Microsoft Business Park Programms, im Wert von 60.000 Dollar an Sachleistung. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus. 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 Applaus.